Entschuldigung, ich will jetzt weiterfahren. Ich komme. Entschuldigung, ich muss hier weiterfahren. Es ist nicht so leicht. Ich danke. Einfach drin rammeln, was geht denn ab? So kann es auch einfach durchfahren. Entschuldigung. Achso, ach du Scheiße. Was ist denn da vorne? Entschuldigung. Werf von rauf. Du, ruhig, du. Ich halte gar nicht etwa als bisher. Noch drei. Noch drei. Ich komme schon. Entschuldigung. Ich habe dich, Freund. Entschuldigung. Noch zwei. Noch zwei. Noch den zuerst. Der ist näher dran, oder? Näher ist der. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Verbum, würde ich sagen. Jetzt können sie dir alle wegfallen. Oh, jetzt was Blumen. Ghosts ist unterwegs. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Die sind bestimmt bleiben drin, deswegen schieß ich da tot. Was? Das Geräusch ist doch der Hammer, oder was? Ich höre nicht springen. Ich hoffe, die ganzen Leute abschießen. Dann springen. Wahnsinn, oder? Das Geräusch. Das Geräusch. Das Geräusch. Das Geräusch. Das Geräusch. Kommando, wir sind ins Zielgebäude eingedrungen. Rücken zur Startzentrale vor. Wo ist denn der? Abverstanden. Entschuldigung, ich komme. Ich komme. Ich bin gleich da. Zeit zum improvisieren. Auf dein Zeichen. Wenn du mir sagst, wo ich bin, wo du bist, dann... Der ist bestimmt dahinten. Mein Zeichen. Wo ist der? Ja. Ich will mich verarschen. Junge. Wo bist du? Ah, hier, hier. Ich, ja. Ich, ich mache. Warte, ich muss erst mal das Ding treffen. Kommando, Startzentrale gesichert. Merrick, Flugbahn aktualisiert. Bereiten Start vor. Achtung, zahlreiche V5-50 Mantis-Geschütze im Gebiet. Verstanden. Alter macht den Weg frei. Kommando Ende. Starten wir das Ding. Na, dann los. Oder was? Was denn? Ich starte den Sprengstoff. Sprengstoff gestartet. Auf du Gott. Okay. Selbeste Motiv. Acht Minuten. Neun. Ladung ist unterwegs. Stand 3 erfolgreich. Kommando bestätigt. Gute Arbeit. Willst ihr das? Wo ist es? Wer ist sie? Sie hinterher über das Bahnsystem unterhalten. Merrick, die Rakete ist raus. Haben einen Hinweis auf Roark. Wir holen ihn uns. Negativ Hash. Zurück zum Sammelpunkt. Wir spülen ihn gemeinsam auf. Sorry Merrick. Du bist hier fertig. Ich liebe diese Waffe. Einfach, einfach. Dauer. Dauerballern. Dauert aber auch ewig bisschen nachgeladen halt. Ne, ich weiß, dass sie zu Roark müssen. Und deswegen latsch ich auch weiter. Aue. Scheiße. 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 Moment. Time out. Ich weiß, Schnitte. Wenn du auch mal was machen würdest, dann ist das kein Ding. Nachhören wieder. Hier, Freunde. Bisschen was zum Spiel. Hier, Freunde. Bisschen was zum Spiel. Nein. Bin drauf. Ist da auch drauf? Seht gut aus. Wir sind im Zug. Wir holen uns. Wir sind im Zug. Achtung. Im Zug. Wir sind im Zug. Wir sind im Zug. Wir sind im Zug. Wir sind im Zug. Was mache ich jetzt hier? Wir sind im Zug. Sind im Zug. Wir haben nicht mal mehr Balken, der Läden laden könnte. Jetzt bin ich hier. Okay. Okay. Ich bin rund rum. Auch bei der 3. Moment. Scheiße. Entschuldigung. Die ist ganz schön, dass ich drücke muss. Gut. Ich bewege meinen Arsch. Das ist auf mich, oh Gott. Ich versuche es. Aber der wird so fest. Lass mich rein. Lass mich rein in das gute Stück. Nein, ein anderer ist dafür draufgegangen. Klasse. Entschuldigung. Die können wir schon zusammenbauen. Ach du Scheiße. Kataploying. Sehr geil. Oh. Geile Kacke. Geile Kacke. Geile Kacke. Geile Kacke. Muss ich jetzt wieder auf die Station und das Blatt machen? Dann hat er nur im Hausaufgang ein Baby ich bin. Oh. Keine Idee. Das ist ziemlich groß. Kommando. Ein ganzer Ring Föderations-Athleten lädt gerade auf. Merrick hier. Wir halten hier unten nicht lange durch. Reindowns. Verstanden. Super zu der Serial. Lass uns mal reingehen. Mal alles Blatt machen. Alles Blatt machen. Jetzt spiele ich Loki. Gute Fack, ist Loki. Ich wäre ready. Seid ihr auch ready? Ach du Scheiße. Gute. Das Spiel ist schon wieder am Weltall, es geht kaputt. Aue. Ich habe hier gar keine Orientierung, Leute. Na, lass sie doch kommen, mein Gott. Ich frage mich, ob das wirklich funktioniert, im Weltall. Hier einen auf. Ich gebe ihm zu machen. Ich gehe da mal hier rein. Darauf stand ich... Was? Ich kann gar nicht schreien. Okay. Was ist denn jetzt kaputt? Ich muss mal nachleihen. Was ist los hier? Ich kann noch weiß. Ich kann doch schon... Ich bin schon mal auf. Oh. Aua! Komm auf dem, ich füße, sieh'n duke Bitch. Oh, bei der Trane. Aua. Na, ich seh's... Aua! Aua! Du Huso! Au! Wer will denn hier ständig was? Und warum ist meine FAS so grottig? Warum bin ich tot jetzt? Keiner weiß. Kritisch.